Musik In einem kleinen Dorf, da lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Und Barbara war überall für ihren wunderbaren Rhabarberkuchen bekannt. Deshalb nannte man sie auch Rhabarber Barbara. Rhabarber Barbara merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen Geld verdienen könnte und eröffnete eine Bar, die Rhabarber Barbara Bar. Die Rhabarber Barbara Bar lief gut und hatte schnell Stammkunden und die drei bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarber Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie auch kurz die Rhabarber Barbara Barbarin nannte. Die Rhabarber Barbara Barbarin hatten schöne Bärte und wenn die Rhabarber Barbara Barbarin ihre Rhabarber Barbara Barbarin Bärte pflegen wollten, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der einen solchen Rhabarber Barbara Barbarin Bärte bearbeiten konnte, hieß Rhabarber Barbara Barbarin Bärte Barbier. Der Rhabarber Barbara Barbara Barbarin Bärte Barbier ging auch gern in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarber Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen, zudem er gern ein Bier trank, das er dann feierlich das Rhabarber Barbara Barbarin Bärte Barbier Bier nannte. Das Rhabarber Barbara Barbara Barbarin Bärte Barbier Bier konnte man nur in einer ganz bestimmten Bar kaufen und die Verkäuferin des Rhabarber Barbara Barbara Barbarin Bärte Barbier Biers hinter der Theke der Rhabarber Barbara Barbara Barbarin Bärte Barbier Bier Bar hieß Bärbel. Und so gingen die Rhabarber Barbara Barbarin zusammen mit dem Rhabarber Barbara Barbarin Bärte Barbier und Rhabarber Barbara Barbara Barbarin Bärte Barbier Bier Bar Bärte Barbier in die Rhabarber Barbara Bar, um von Rhabarber Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen und einer Flasche eisgekühlten Rhabarber Barbara Barbara Barbarin Bärte Barbier Biers anzustoßen. Prost! Prost!